Freunde der individuellen Automobil-Fortbewegung, es seid gegrüßt Tobi hier von West Berlin Customs mit einem ganz ganz kurzen neuen Video zum Thema Tire Sledge, also eigentlich ein Nachtrag zum letzten Video. Ihr habt nämlich relativ viele Fragen gestellt, ich habe mich sehr darüber gefreut und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt irgendwie kilometerlange Texte schreibe und erkläre worum es geht, zeige ich es einfach. Das werde ich jetzt in diesem Video kurz tun und es geht um das Thema Strecken von Reifen. Auf diese Weise kann ich vielleicht gleich ein paar Fragen mit beantworten und wir lernen alle noch zusätzlich was. Wie immer, wenn man irgendwas verstehen will, braucht man meistens ein bisschen Grundwissen. In dem Fall müssen wir zum Beispiel wissen, dass es eine sogenannte ETRTO gibt. Was ist die ETRTO? Das ist ein Konsortium, das sich 1964 das erste Mal getroffen hat und zwar besteht das aus Reifenherstellern, Felgenherstellern und Ventilherstellern. Mitglieder in diesem Konsortium sind relativ bekannte Reifenhersteller wie zum Beispiel Michelin oder Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Yokohama, Toyo, Kumo und wie sie alle heißen. Im Bereich der Felgen sind so bekannte Hersteller wie zum Beispiel CMS oder auch die Alka-Gruppe Mitglieder der ETRTO. Zu Alka gehört zum Beispiel DOTS, das habt ihr sicherlich schon mal gesehen oder gehört das Logo, und AEZ. Warum setzen sich diese Hersteller seit 1964 in der ETRTO zusammen und besprechen Dinge? Die haben drei Ziele. Das erste ist die Austauschbarkeit der Produkte, das heißt also, dass man wirklich jeden Reifen auf jede dafür gedachte Felge montieren kann und auch jedes Ventil in jede Felge einsetzen kann, ohne dass es da irgendwelche Passungsprobleme gibt. Punkt zwei war die Absprache gemeinsamer Abmessungen, dass man also sich auf bestimmte Standardabmessungen festlegt. Und Punkt drei ist der ungehinderte Informationsaustausch. Das bedeutet also, dass die Hersteller untereinander kooperieren und nicht irgendwie da im geheimen Kämmerlein irgendwas absprechen oder tun, sondern dass man gemeinsam eben sich austauscht und dass man bestimmte Informationen auch nicht hinterm Berg hält, sondern dass man eben die dem anderen zur Verfügung stellt, damit auch der Produkt entwickeln kann. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, okay, Industrie ist ja alles schön und gut, aber was bringt mir das? Sehr cool ist, dass diese technischen Datenblätter, also diese Technical Data Sheets, auch öffentlich zur Verfügung stehen. Das heißt also, man kann sich von jedem Reifenhersteller, meistens auf der Webseite, diese Daten auch herunterladen. Und das ist für uns nachher auch noch wichtig. Wo spüren wir, dass es die ETRTO überhaupt gibt? Das spüren wir sehr deutlich, weil die ETRTO sich zum einen zur Aufgabe gemacht hat, mit internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten und, und jetzt kommt's, mit gesetzgebenden Körperschaften. Internationale Organisationen, ist klar, sind in unserem Fall in der Regel die Prüforganisationen. Das heißt also, die ETRTO arbeitet direkt mit dem TÜV und der DEKRA und KÜS und wie sie alle heißen, diesen ganzen Prüforganisationen zusammen. Das ist das eine. Gesetzgebende Körperschaften bedeutet, dass die ETRTO auch dem Gesetzgeber Empfehlungen gegenüber ausspricht, die dann meistens, weil das eine Fachkomitee ist oder eine Fachorganisation, meistens vom Gesetzgeber auch übernommen werden. Das heißt also, die ETRTO sagt irgendwie, das und das passt, das kann man machen, das ist technisch korrekt. Der Gesetzgeber, da sind meistens dann irgendwelche Gutachter, die dann für den Gesetzgeber arbeiten, hört sich die ganze Sülze an und dann wird das einfach in ein Gesetz reingepresst. Und das merken wir dann sehr deutlich, weil das sind nämlich genau die Dinger, die uns sagen, das darfst du bzw. das darfst du nicht. Also kann man zusammenfassen, die ETRTO hat einmal Einfluss auf die ganzen Prüforganisationen und auch auf den Gesetzgeber. Wie sieht das Ganze nun rein rechtlich in Deutschland aus? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Grundsätzlich, wie ich ja eben schon erwähnt habe, halten sich der TÜV und die DEKRA an die Vorgaben, z.B. an die Empfehlungen von der ETRTO. Das Ganze macht auch Sinn, weil wer weiß schon besser als der Felgenhersteller oder der Reifenhersteller, was technisch möglich ist und was geht. Die prüfen ihre Produkte und die geben dann natürlich diese Empfehlung an die Prüforganisationen weiter. Kommen wir zum Thema Stretch Tires. Ich habe hier zufällig einen rumliegen. Das ist ein Reifen, der relativ weit auf eine normale Felge gestreckt ist. Also für alle, die sich jetzt für die technischen Informationen interessieren, das hier ist ein 145-65R15. Demzufolge ist das auch eine 15-Zoll-Felge. Aber das noch am Rande. Also, Stretch Tires haben wir ja beim letzten Video schon gesehen. Heißt, die Felge ist viel zu breit und der Reifen wird von seiner normalen Breite aufgrund der Montage auf die Felge hinaufgezogen. Das heißt, wir haben ja außen solche konischen Ränder und das Ganze nennt man halt im Englischen Stretched, wenn das nach außen gezogen ist. Soviel zur Definition. Die ETRTO wiederum hat natürlich ganz andere Ziele. Die achten darauf, dass so ein Reifen eine möglichst lange Haltbarkeit hat und natürlich auch die beste Funktion gegeben ist. Das bedeutet also, wenn ich jetzt anhand dieser ETRTO-Tabellen mich orientiere, dann werde ich niemals in irgendeiner ETRTO-Tabelle eine Reifen- und Felge-Kombination finden, die so ein Stretching hier zulässt. Allerdings handelt es sich bei diesen ETRTO-Tabellen auch für die Reifenhersteller nur um Empfehlungen. Das heißt, jeder Reifenhersteller kann euch theoretisch auch bestätigen, dass sein Reifen vom Modell XY auf eine Felge mit der Breite und dem Durchmesser so und so passt. Wenn er das tut, ist dieser Reifen auch in dieser Form für die Felge freigegeben und somit technisch zulässig. Diese Bestätigung des Reifenherstellers nennen wir in Deutschland Freigabe. In so einer Freigabe findet ihr in der Regel auf jeden Fall Dimensionen der Felge. Das heißt also die Breite der Felge, den Durchmesser der Felge und ihr findet die Dimension des Reifens. Das bedeutet also die Breite des Reifens, den Durchmesser des Reifens, den Montagedurchmesser. Dann findet ihr auf jeden Fall die Traglast des Reifens. Und falls der Reifen sehr stark gestreckt wird, dann passiert es, dass die Traglast reduziert wird. Und auch das findet ihr in dieser Freigabe. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, warum denn die Traglast sinkt, wenn man einen Reifen stark streckt. Das liegt einfach daran, dass wenn man eine Kraft nicht mehr senkrecht in die Felge überträgt, sondern über eine Diagonale, ist das wesentlich weniger effizient. Das bedeutet also, der Reifen verliert Tragkraft dadurch, dass er nicht mehr senkrecht die Kraft über die Flanke ableiten kann, sondern dass die Flanken gestreckt werden. Was steht nicht in einer Freigabe? In einer Freigabe steht zum Beispiel nicht drin, ob ihr diesen Reifen überhaupt auf eurem Auto fahren könnt. Das heißt also, bei einem Reifen ist immer extrem wichtig, ob der Abrollumfang vom Reifen zum Fahrzeug passt. Wenn der Reifen zu klein ist, dann habt ihr eine Tachoabweichung. Wenn der Reifen zu groß ist, habt ihr ebenfalls eine Tachoabweichung. Das Übersetzungsverhältnis stimmt dann nicht mehr. Das bedeutet also, wenn ihr, egal ob jetzt eine Automatik- oder einen Schaltwagen habt, gibt es dann theoretisch andere Schaltzeitpunkte bzw. zu anderen Geschwindigkeiten. Das Auto beschleunigt entweder schneller oder langsamer. Die Höchstgeschwindigkeit ist eine andere. Und das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, ist, dass ihr eine Minderanzeige auf dem Tacho habt. Das bedeutet also, dass das Auto real schneller fährt, als ihr auf dem Tacho angezeigt bekommt. Das ist auch noch nicht legal. Also, es gibt viele Dinge, die man beachten muss. Eine davon ist auf jeden Fall der Abrollumfang vom Reifen. Der muss auf jeden Fall passen. Ein zweiter wichtiger Punkt, der auch nicht in so einer Freigabe drin steht und der den Reifenhersteller auch wirklich überhaupt nicht interessiert, ist, ob dieser Reifen in irgendeiner Weise vielleicht in einem Rathaus oder am Kotflügel schleifen könnte. Das heißt also, ob der Reifen überhaupt ins Rathaus reinpasst oder ob der Kotflügel vielleicht irgendwo im Flankenbereich schleift. Das ist ihnen völlig egal. Diese Freigabe regelt wirklich nur, ob dieser Reifen technisch auf dieser Felge gefahren werden kann. Würde man das Ganze ein bisschen abkürzen, würde man sagen, okay, die Freigabe ist einfach nur ein Zettel, der belegt für den späteren Prüfer. Okay, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Der Reifen passt auf die Felge. Kannst du so eintragen, wenn die restlichen Rahmenbedingungen passen. Wie sieht es jetzt mit den rein rechtlichen Rahmenbedingungen für so eine Radreifenkombination aus? Was kriegt man eingetragen und was nicht? Vorab kann man erstmal sagen, dass es solche Radreifenkombinationen nie in irgendeinem Gutachten geben wird. Also wenn ihr danach sucht, werdet ihr immer in Gutachten Radreifenkombinationen finden, die zueinander passen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ihr so eine Radreifenkombination fahren wollt, ist es automatisch immer eine Einzelabnahme nach §21 StVZO, die nur ganz bestimmte Prüfer abnehmen können. Diese Prüfer nennt man amtlich anerkannte Sachverständige und die arbeiten nur bei ganz bestimmten Prüforganisationen. In den neuen Bundesländern, also im Osten, ist es die DEKRA und in den alten Bundesländern, also im Westen, ist es der TÜV. Ihr braucht wirklich zu keiner anderen Prüforganisation hinzufahren. Momentan ist es zumindest noch so, dass diese beiden Prüforganisationen in ihrem jeweiligen Bereich die Hoheit haben, um diese Einzelabnahmen nach §21 machen zu können. Wenn ihr vorhabt, so eine Eintragung vornehmen zu lassen, solltet ihr neben eurem Auto drei Sachen zur Prüfstelle mitbringen. Nummer 1 den Fahrzeugschein, weil der Prüfer braucht einmal die Angaben zur Traglast oder zur Achslast vielmehr vom Fahrzeug, weil er muss gucken, ob die Radlast von den Felgen zur Achslast vom Fahrzeug passt. Also ob die Felgen theoretisch das Auto überhaupt aushalten. Das gleiche gilt für den Reifen. Der Reifen hat einen Traglastindex und dieser Traglastindex muss auch zum Fahrzeug passen. Da wir ja gehört haben, dass die Traglast von dem Reifen auch noch sinken kann, wenn der Reifen gestreckt wird, wird der Prüfer als nächstes von euch eine Freigabe haben wollen. Das heißt also, die Freigabe solltet ihr auch dabei haben. In der Freigabe steht dann eben genau drin für den Prüfer, passt der Reifen zur Felge, passt die Radlast oder die Traglast vom Reifen auch zur Achslast vom Auto. Die Jungs checken natürlich auch noch ganz andere Dinge wie den Geschwindigkeitsindex vom Reifen und und und, aber das sind jetzt erstmal die wichtigen Rahmenbedingungen für dieses Tyre-Stretching. Und Nummer 3, ihr solltet auf jeden Fall auch das Gutachten der Felgen dabei haben, weil da stehen natürlich die ganzen Werte drin, wie eben die Radlast oder die Dimensionen, natürlich auch eine Kennzeichnung von der Felge, die nachher in den Fahrzeugständen übernommen wird. Also Nummer 3, das Gutachten für die Felgen auch mitnehmen. Kommen wir zu euren Fragen, sehr spannend für mich, weil ihr habt gesehen, das ist eine umfangreiche Thematik, nicht unbedingt super kompliziert, aber man muss halt einfach eine Menge wissen. Und jetzt fand ich einfach spannend zu sehen, was ihr dann so an Fragen gestellt habt und die versuche ich jetzt mal ganz kurz zu verantworten. Janine hat gefragt, wie es denn aussieht mit dem Sinn hinter der ganzen Geschichte. Warum streckt man einen Reifen auf einer Felge so sehr? Was hat das Ganze für einen Sinn? Da gibt es eigentlich nur eine ernstzunehmende oder richtige Antwort und das wäre einfach Optik. Es gibt keinen rationalen Grund dafür. Die ganze Sache ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einem Kleidungsstil, dass man sagt, okay, das ist eine bestimmte Mode oder dass man sagt, okay, Leute, es gibt nicht viele Leute, die fahren so eine Rad-Reifen-Kombination. Es ist also einfach die Zugehörigkeit vielleicht zu so einer kleinen Gruppe an Individualisten. Der Seewolf hat ebenfalls einen Kommentar verfasst und hat das Ganze für grenzwertig befunden und hat sich nach den Dimensionen von den Kompletträdern aus dem letzten Video erkundigt. Das heißt also, was für eine Dimension die Reifen und die Felgen haben. Also ganz kurz, grenzwertig ist sicherlich bei dem Grund und das Ziel. Das bedeutet also, die Jungs versuchen irgendwie wahrscheinlich sogar ein bisschen über die Grenze hinaus zu kommen. Ich kann hier leider nicht genau sagen, was für eine Dimension die Reifen und Felgen überhaupt haben. Ich meine, es waren 2,5er Reifen, 2,5,45, irgendwie sowas an der Vorderachse auf einer 8,5 Zoll Felge. An der Hinterachse war es meiner Ansicht nach ein 2,25er Reifen auf einer 9,5 Zoll Felge. Aber völlig unverbindlich. Ich versuche auf jeden Fall nochmal den Kontakt herzustellen und ich hoffe auch, dass ich dann im Frühjahr vielleicht nochmal ein Video zeigen kann von dem Fahrzeug mit den montierten Rädern. Somit kommen wir auch gleich zu Karl K. Der hat nämlich erwähnt, dass es ganz nett gewesen wäre, wenn ein paar Bilder vom montierten Zustand zu sehen gewesen wären. Das ist absolut korrekt. Hätte ich super gerne gemacht. Soviel ich weiß, ist das Auto noch nicht mal fertig gebaut für die Saison. Ich glaube, das ist alles noch so ein bisschen ein Vorstadium. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, das Ganze nachzureichen, dass man dann auch mal sieht, wie das Ganze im Endergebnis aussieht. Und last but not least hat ShigoRex ein Kommentar verfasst, in dem es darum ging, ob das Ganze wirklich nur wegen der Optik gemacht wird und wie es mit der gesetzlichen Lage aussieht. Also Optik hatten wir ja erwähnt. Wirklich tatsächlich der Hauptgrund für die ganze Nummer. Und ich kann vielleicht nochmal erklären, ich habe hier noch ein Reifen rumliegen, warum das Ganze eigentlich nur Optik ist. Weil, wenn man sich den Reifen anguckt, sitzt er normalerweise gerade mit der Flanke auf der Felge. Im Vergleich dazu hier dieser konischen Bereich. Das bedeutet, wenn der Reifen so sitzt, kann er, wenn er auf der Felge ist, ein bisschen während des Fahrzustands wanken. Das heißt also, er kann ein bisschen zu beiden Seiten sich auf der Felge bewegen. Das heißt, die Felge steht und der Reifen kann sich in Kurvenfahrten zum Beispiel auf der Felge ein ganz klein bisschen bewegen. Das ist sehr gut, weil dann der Grip nämlich nicht abreißt. Das heißt also, die Haftung zur Straße, das heißt, wenn man schnell in eine Kurve fährt, dann ist es so, dass das Fahrzeug versucht, nach außen zu schieben und der Reifen verschiebt sich ein ganz klein bisschen auf der Felge. Das heißt, er wandert ein bisschen auf dem Sitz. Der Vorteil dabei ist, dass dann in dem Moment der Grip noch nicht abreißt. Erst wenn man es übertreibt, dann rutscht die ganze Kiste theoretisch nach außen. Das passiert bei diesem Reifen relativ langsam, dieses Ausbrechen und Wegrutschen, weil der Reifen eben schön auf der Felge arbeiten kann. Im Verhältnis dazu ist es bei diesen gesquetschten Reifen so, dadurch, dass der Reifen in beide Richtungen fixiert ist und nicht mehr wandern kann, passiert es, dass wenn man mit diesen Reifen eben schnell in die Kurve fährt, dass dann schneller der Grip abreißt. Das heißt, der Reifen rutscht schneller über den Asphalt, weil er einfach nicht auf der Felge wanken kann und nicht walgen kann, sondern, ja, walgen ist übrigens auch nochmal ein Thema, der Reifen kann auch nicht walgen, weil er ist so stark schon gestreckt, dass die Flanke auch nicht mehr die Möglichkeit hat, so gut sich zusammenzudrücken. Das heißt also, der Fahrkomfort leidet auch ein bisschen, und das Auto wird eben schneller unkontrollierbar. Das heißt, man muss einfach besser fahren können, man muss ein besseres Gefühl dafür haben, wann der Grip abreißt, weil das relativ abrupt und schneller passiert als bei einem normalen Reifen. Soviel zum Thema Sicherheit und warum das Ganze wirklich nur Optik ist und sonst eigentlich keinen richtigen Performance-Sinn hat. Die gesetzliche Lage hat mir schon geklärt, solange ihr euch mit der Materie auskennt, euch an die gesetzlichen Rahmenbedingungen haltet, eine Freigabe vom Reifenhersteller habt und der Prüfer das Ganze für gut und richtig befunden hat, seid ihr auf der legalen Seite und könnt so fahren. Das heißt also, ein leichter Tire-Stretch ist auf jeden Fall möglich. Ich hoffe, ihr seid nach diesem Video nun bestens im Bilde. Wenn ihr weitere Rückfragen habt, freue ich mich auf jeden Fall darüber und werde die kurzen gerne unter dem Video beantworten. Wenn es irgendwas ist, was man anschaulich besser zeigen kann, werde ich sicherlich wieder ein neues Video drehen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Video, haut rein, ciao.